Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zur dritten Folge von Wie kriege ich die optimalen Ergebnisse aus? Chat, GBT, Bing und so weiter und so fort. Also generell Large Language Models. Und heute gehen wir ein bisschen an etwas, das die Ausgabenformatierung angeht. Wir werden uns letztes Mal schon über Listen unterhalten. Die sind extrem hilfreich. Ich habe hier mal eine Checkliste gebaut. Anbei eine kurze Anmerkung zu Checklisten. Denn diese Checkliste hier, die ist zwar relativ gut, aber es war mal eine wirkliche Checkliste. Also man konnte bei Chat, GBT wirklich Checklisten bauen. Und hier muss man vielleicht mal ganz kurz sagen, was das eigentlich ist. Large Language Models liefern euch natürlich nur Ausgaben als Text. Diese Interpretation hier, also dass da vorne dran A1 steht oder dass hier A, B, C, D, E, F, G, H steht etc. Das ist alles eine Sache des Frontends. Das heißt, das ist etwas, das die Webseite chat.opemai.com, also das hier ist ja einfach eine ganz normale Webseite, die im Hintergrund die KI benutzt. Das macht die für euch. Das heißt, die eigentliche Ausgabe vom Large Language Model umfasst keine Formatierung. Und ja, hier sagt halt das Frontend mittlerweile, nö, machen wir nicht mehr. Checklisten ging früher mal, da konnte man das auch abhaken. Ich finde es schade, dass es nicht mehr geht. Vielleicht kommt das auch relativ bald wieder als Feature. Ich kann mir sowieso vorstellen, dass die da noch einiges zuführen. Okay, aber ja, Checklisten ist auf jeden Fall eine Sache. Das ist aber definitiv nicht alles. Und wir kennen ja Listen schon vom letzten Video. Dieses Mal will ich euch allerdings noch viel, viel mehr solche Listensachen zeigen, beziehungsweise eben Ausgabeformatierung. Und zwar kann man natürlich auch Tabellen erstellen. Wie gesagt, ich habe hier mal die Ausgaben für euch vorbereitet, dass ich nur noch erklären muss und nicht warten muss, bis es fertig gebaut hat. In dem Fall habe ich gesagt, bau mir bitte eine Tabelle mit den Unterschieden von FastAPI und Python Flask. Das sind zwei Programmierframeworks. Müsst ihr nicht kennen. Aber ja, das ist relativ übersichtlich und zeigt mir eigentlich relativ direkt auf, was eigentlich für mich relevant sein könnte. Und man muss hier dazu sagen, die Tabelle wird hier auch einfach nur als einzelne Dinge ausgegeben. Also hier steht nur Merkmal, dann kommt ein Strich, dann kommt FastAPI Strich, Flask Strich. Man sieht das am Anfang ganz kurz, aber in der Praxis wird das dann vom Frontend von ChatGPT beziehungsweise ChatOpenAI.com wird mir das hier als Tabelle interpretiert und sieht auch wirklich ansehnlich aus hierbei. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass es eine Formatierung vom Frontend ist. Und selbstverständlich ist das hier extrem hilfreich, wenn ihr die Unterschiede nennt. Das heißt, ihr geht wieder zu diesen Operatorendingern zurück vom letzten Mal und sagt, ey, ich würde gerne Unterschiede aufzeigen oder Gemeinsamkeiten oder, oder, oder. Es gibt natürlich auch Gemeinsamkeiten. Hier haben wir uns jetzt eigentlich auf die Unterschiede konzentriert, wobei hier bei Abhängigkeiten zum Beispiel auch beides mal wenig angegeben wurde. Und man könnte das hier jetzt auch noch erweitern mit Diskutieren und so weiter. Ich erinnere, wie gesagt, an das letzte Video der Reihe. Gut, aber Tabellen sind etwas, das ich sehr empfehlen kann. Die machen alles extrem übersichtlich. Man muss nicht mehr so viel lesen. Unser Gehirn arbeitet einfach mit Tabellen besser. Und deswegen würde ich euch das empfehlen. So, und ja, wenn man Tabellen hat, kann man natürlich auch sagen, ey, wir können hier ganz einfach auch JSON-Ausgaben bauen. JSON ist ein Format, das in der Programmierung permanent zum Einsatz kommt und das wir selbstverständlich auch dazu verwenden können hier. Das heißt, wir können sagen, baue mir doch bitte mal als JSON-Ausgabe. JSON ist, wie gesagt, ein Format hier mit geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und darin befinden sich einzelne Attribute oder Objekte. Hier haben wir ein Key-Value-Paar, das heißt erstmal, der Schlüssel ist Event und das, was hinten rauskommt, ist League of Legends World Championship. Ich habe hier einfach gesagt, nimm bitte die erste League of Legends Weltmeisterschaft und baue mir daraus Daten. Ich habe nicht genau spezifiziert, was für Daten. Wie gesagt, das war Thema der letzten Videos. Das ist eure Aufgabe, das hier so zu definieren, damit ihr das rausbekommt, was ihr wollt. Das müsst ihr natürlich immer für euch gucken. Wir können hier das Ja ausgeben, Location und so weiter und so fort und hier dann eine kleine Übersicht an Teams. Das funktioniert, wie gesagt, sehr, sehr gut und das bezieht sich jetzt ausschließlich quasi auf die Daten, die Chat-GPT oder GPT-4 in sich verarbeitet hat. Das heißt, die Daten sind offensichtlich gespeichert, sonst wüssten wir hier nicht, dass Fnatic das Ding gewonnen hat. Und soweit ich mich erinnere, war das auch tatsächlich so. Alle Angaben, wie gesagt, hier ohne Gewähr. Das Ding ist ein Large Language Model. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich auf Preisgelder trainiert wurde. Aber ihr versteht, was ich meine. Man kann sich Ausgaben als JSON formatieren. Und das Wichtigste ist natürlich nicht, wir können aus dem Datenpool von Chat-GPT oder GPT-4 die Daten extrahieren, sondern, also das können wir auch. Viel, viel spannender ist aber Folgendes gewesen. Wir können nämlich auch das hier dazu machen. Wir können, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz nach oben hier, das war ein langer Artikel. Ich habe geschrieben, ich werde die Informationen eines Artikels über die League of Legends Weltmeisterschaft 2022 posten. Bitte gib mir mal alle Daten in einem, oder alle Daten, die über DRX sind, also das Team, das gewonnen hat, und gebe sie mir in einem CSV-Format. CSV steht für Comma Separated Value. Ist im Endeffekt auch eine Tabelle, wenn man so möchte. Aber eine Tabelle, die ich zum Beispiel direkt speichern kann und dann in Excel laden kann, beispielsweise. So, und was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einfach gesagt, ey, ich nehme mir diese Tabelle von LOL Fandom und copy-paste einfach alles hier rein. Also ich habe nicht ganz alles genommen. Ich glaube, ich habe hier ungefähr aufgehört, weil dann wäre es wahrscheinlich sonst zu viel geworden. Aber diese ganzen Informationen wurden hier einfach rein kopiert, ja, in dieses Large-English-Model. Und das sieht weird aus. Ich zeige euch das mal eben. Hier sehen wir Overview. Diese Teams haben mitgemacht. Dann sehen wir hier Place, Price, Prozent und Team. Dann sehen wir hier das da und dann haben wir hier das, das, das. So, und das sieht schon ein bisschen sehr seltsam aus, wenn wir das hier mal alles so kopieren. Ich persönlich könnte aus diesen Informationen wahrscheinlich nicht so schnell was rauslesen. Aber diese Komma-Separated-Values, die haben wir hier unten dann doch bekommen. Team, Platz, also Platzierung, Preis, Preis-Prozent-Anteil, Group-Stage-Win-Rate und Main-Event-Win-Rate, ja. Und das wurde hier quasi einmal aufgedröselt. Und ja, natürlich bezieht sich das jetzt nur auf DRX, weil ich nur nach DRX gefragt habe. Viel spannender ist, also ich meine, das sind Informationen, die ich aus der Tabelle bekomme. Und diese Tabelle ist dann doch noch wahrscheinlich recht leicht zu lesen gewesen. Aber trotzdem wurden hier die Informationen aggregiert. Ihr erinnert euch, hier oben in der Tabelle, ich lasse das hier gerade mal auf, ja. Ich mache das auch mal so. Hier oben in der Tabelle steht nur der Platz, der Preis, die Prozente und das Team. Und das ist übrigens alles richtig hierbei. Was nicht dabei steht, ist die Group-Stage-Win-Rate, ja. Die steht hier unten, DRX-Win-Rate 100%. Also die hat es hier unten rausgezogen. Und dann haben wir Main-Event-Win-Rate und die haben wir auch hier drüben rausgezogen. Das heißt, es wurden alle Informationen, die ich gepostet habe, verarbeitet. Und nur die Informationen zu DRX wurden rausgezogen und dann sogar noch in eine Tabelle aggregiert. Das kann natürlich für mich extrem hilfreich sein, wenn ich sowas machen möchte. Viel spannender wird es aber sogar noch. Ich kann auch natürlich andere Output-Formate nehmen. Also wie gesagt, ich bin hier einfach mal durchiteriert, um euch das zu zeigen, was man machen kann. Also quasi JSON hatten wir schon. Jetzt hatten wir CSV, Commer Separated Values. Und hier unten haben wir auch noch YAML-Dateien, also YML. XML geht natürlich auch, könnt ihr dann auch machen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Und habe dann gesagt, einfach nur Gruppe A Results bitte. Und bitte bedenkt, ich habe das nicht nochmal gepostet. Also ich beziehe mich quasi auf das, was davor alles schon gepostet wurde. Und hier sind einmal die Ausgaben von Gruppe A in einem YAML-Format. YML, wer es nicht kennt, ist nicht so dramatisch, lässt sich recht leicht lesen, würde ich behaupten. Ist ähnlich wie JSON. Es geht um Gruppe A. Fanatic hat Games 4.1, Winrate 80%. Also Games 4.1, Winrate 80%. Ein Win-Win-Streak. So, Evil Geniuses 3, 2, 60 und so weiter. Ihr könnt selber lesen. Also diese Informationen wurden hier für mich ansehnlich verarbeitet. Und gerade wenn ich damit weiterarbeiten möchte, ist das unfassbar hilfreich. Denn was man hier nicht ganz bedacht hat und was viele vielleicht noch nicht bedacht haben, ich kann ja diese Informationen dann auch extern weiterverwenden. Und ja, das ist natürlich auch der Sinn der Sache. Ich kann hier oben sogar auf Copy Code klicken und kann das direkt woanders reinbringen. Zum Beispiel kann ich das in meine eigene YAML-Datei schreiben und die dann bei mir in einer Anwendung verwenden und daraus eben Daten rauslesen. Das ist also quasi das, was Webscraper beruflich tun sozusagen. Nur, dass ich eben noch diesen Hin- und Her-Copy-Paste-Aspekt mitmachen muss. Aber ich kann das natürlich auch über Python automatisieren, wenn ich das möchte. Ich könnte mir jetzt also hier eine Anwendung überlegen und nein, das programmieren wir jetzt noch nicht. Das können wir aber gerne irgendwann mal machen. Ich könnte mir einen Webscraper programmieren, der die Daten der Webseite einfach über eine Get-Webseite liest. Also das einfach von der Webseite runterlädt sozusagen. Dann diese Daten nimmt und der API von ChatGPT gibt oder GPT4 gibt und dort raus dann eben diese Informationen rausliest. Automatisiert. Ich muss mich nicht drum kümmern. Und das ist schon, ähm, ja, mächtig, würde ich behaupten. Ähm, das muss man einfach bedenken. An der Stelle noch ein kurzer Tipp. Ich habe hier oben diese Daten natürlich eins zu eins rauskopiert. Ich kann auch hergehen und kann diese Daten jetzt mit einem Rechtsklick untersuchen. Das hier ist jetzt der Edge-Browser. Warum auch immer der jetzt über Edge reingegangen ist. Egal. Ähm, lassen wir das. Ähm, und kann einfach hier sagen, ich scrolle mal nach oben und schau mal hier. Main. Sieht doch ganz gut aus. So, jetzt kann ich hier einfach das Main nehmen, ähm, und mir kopieren, das gesamte Element kopieren und kann das theoretisch hier als Eingabe natürlich auch mit reinnehmen. Ähm, das Problem, was ich hierbei bislang öfters hatte, ist natürlich, man muss sich genau die Elemente raussuchen, die man braucht. Und, naja, die Ausgaben sind leider in den meisten Fällen zu lang. Aber es hat, ja, genau, das meine ich. Ihr seht, was ich meine. Es ist einfach zu lang in den allermeisten Fällen. Und ich hab jetzt hier einfach mal, äh, hier die Tabelle von den Group Stages rausgesucht und hab dann gesagt, okay, ich kopier mir dieses Element. Also ihr könnt hier draufklicken, dann untersuchen, machen. Das sollte in fast jeden Browser gehen. Und dann kriegt ihr hier die Tabelle. Dann könnt ihr hier rechtsklick drauf machen, kopieren, Element kopieren. Und was wir dann bekommen, ist eben das hier. Ähm, naja. Ja, DRX hat da halt nicht mitgespielt. Deswegen krieg ich hier keine Information. Aber ihr versteht den Sinn davon. Das ist ein Riesendings. Und klar, hier sind natürlich nochmal mehr Informationen drin. Man kann mehr Informationen abfragen. Aber die Website ist halt meistens einfach zu groß für so ein neuronales Netz. Beziehungsweise für so ein Large Language Model. Okay, aber was wir hier schon gemacht haben, ist im Endeffekt, wir haben schon versucht, ein bisschen in die Programmierrichtung abzudriften. Und selbstverständlich kann ich auch Code programmieren. Ja, das ist auch eine Ausgabeformatierung im Endeffekt. Äh, ich sag hier Copy Code und fertig. Äh, das Ding ist, das ist auch eigentlich eine Frontend-Sache und wird hier mir als Python angezeigt. Und ich hab hier oben auch wirklich geschrieben, Write the Bubble Sort Algorithm as a Function in Python. Äh, zu programmieren speziell hab ich schon mal ein Video gemacht. Ich kann euch gerne nochmal eins machen. Dazu bitte einmal kurz Feedback geben. Aber das hier sollte einfach nur für die Ausgabeformatierung eine Möglichkeit sein, die ich nicht außen vor lassen wollte. Denn, ihr könnt, wie gesagt, diesen Code kopieren. Und Grafiken kann ChatGBT, beziehungsweise GBT4 ja nicht bauen. So, das Spannende hierbei ist aber, dass es Anwendungen gibt, die aus solchen, ähm, Code-Sachen, Grafiken bauen. Und dazu zählt unter anderem einmal ein, äh, wo ist es? Das hier. Ein, äh, ein SVG. SVG ist ein Vektor, eine Vektorgrafik. Und ich warte tatsächlich noch darauf. Ähm, ich hab das nochmal ganz kurz neu gemacht, weil ich hab gemerkt, ich hab aus Versehen GPT 3.5 benutzt. Und es war nicht so gut, die Ausgabe, und jetzt hab ich mal mit GPT 4 gemacht. Ähm, ich warte tatsächlich noch stark drauf, dass ich hier tatsächlich auch Bilder verarbeiten kann. Denn diese Option hier, mir SVGs bauen zu lassen, ist natürlich extrem wertvoll, wenn ich zum Beispiel Logos bauen kann, oder PNGs, äh, bauen kann, beziehungsweise diese PNGs vielleicht dann auch reinterpretieren kann als SVGs. Das weiß ich nicht so genau. Aber, ähm, ja, grundsätzlich kann ich mir SVGs auch als Code quasi kopieren. Eine SVG. Ich zeig euch das mal ganz kurz. Das ist im Endeffekt eine Vektorgrafik. Äh, das ist die vielleicht coolere Variante davon. Ich kopier mir hier den Code, dann geh ich in meinem, äh, in irgendeinen Ordner, in meinem, ähm, in meinem, ja, Ordner, in meinem Explorer, mach dort eine Datei. Das kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel hier Party, Face, und dann, Achtung, hier hinten die Endung ändern. Punkt SVG. Da müsste die Frage kommen, ob ihr die Endung ändern wollt. Und anschließend braucht ihr einen Editor. Das ist das hier. Und nehmen wir einfach das hier mit rein. Party, Face, SVG, hier rein, speichern, fertig. In den Browser ziehen. Tada! Wir haben, ähm, ja, wir haben keinen Party Face. Wir haben jetzt das Party Face. Das war ein bisschen auf der Seite. Es ist nicht schön. Sagen wir, ähm, es ist... Es erfüllt seinen Zweck, okay? Das, äh, ist etwas, was vielleicht die KI noch nicht so gut kann. Aber es ist ja auch nicht unbedingt da, um Grafiken zu generieren. Wobei mit GPT-4 könnte man, äh, oder mit, mit Doll-E und mit Journey und sowas könnte man dagegen argumentieren. Wird irgendwann zusammenkommen. Nur, dass ihr wisst, dass es funktionieren kann. Und wertvoll sein kann. Selbstverständlich, wie gesagt, kann ich auch Code bauen und in allen möglichen Sprachen mir das Ganze machen. Ähm, das ist auch eine wichtige Sache. Aber, was ich auch machen kann, ist, ich kann beide Sachen kombinieren. Ich kann mir quasi Code für Anwendung ausgeben und die können dann geile Grafiken draus machen. Und dazu möchte ich einmal kurz diese, ähm, dieses Ding hier euch zeigen. Es gibt einen Anbieter namens Mermaid. Vielleicht noch nie gehört. Ich tatsächlich auch, ähm, sehr lange nicht. Aber Mermaid baut euch Flowcharts oder generell Charts, ähm, aus Code. Und dieser Code kann das hier sein. Das heißt, ihr habt eine Flowchart und, ähm, sagt dann hier, okay, ähm, Moment. Äh, Christmas ist mein Startpunkt. Von Christmas geht's auf Get Money. Dann geht's auf Go Shopping. Und von B, das Go Shopping nennen wir einfach B tatsächlich. Während Get Money ist einfach nur so ein Texting. Während von, äh, Go Shopping geht's dann auf Let Me Think. Und von C geht's auf One und Laptop. Two und iPhone und Three, äh, ein, ah, ein Icon. Das ist ein Icon. F, A ist ein, ähm, ist ein Icon-Start quasi. Und dann sagen wir hier Car hinten dran. Das heißt, wir können hier eben Grafiken bauen. Und das könnt ihr natürlich auch über Chat-GPT machen. Weil ihr habt die Möglichkeit, diese Grafiken zu bauen. Das ist teilweise ein bisschen komplex. Man muss da sehr viel rum experimentieren, bis man, ähm, wirklich die Ergebnisse hat. Ich zeige euch das Ganze mal. Ich habe hier gesagt, bau mir bitte mal einen Mermaid Graph. Hier gibt's ein kleines Beispiel von so einem Mermaid Graph. Und, ähm, bau mir doch bitte das Ganze für die, ähm, Usage-Statistiken. Also, wie viele Leute haben eigentlich pro Jahr, ähm, Chrome genutzt. Und wer hat wann welchen Browser wie genutzt, so, ne? Und, ähm, das Ganze wollen wir hier einmal kurz darstellen. Äh, sieht dann so aus. Ist vielleicht nicht das beste Beispiel gewesen, weil es eigentlich keine Verzweigung ist, in dem Sinn, die wir hier haben. Aber, ähm, wir könnten hier noch eine Verzweigung mit einbauen. So, ähm, das sieht dann so aus. Und ja, das ist schon mal ziemlich viel. Hier auch echt kein Problem, so eine Statistik zu bauen. Die Daten sind jetzt rein von GPT-4. Ich weiß nicht, ob die korrekt sind. Und es geht auch nur von Jahr 2010 auf das Jahr 2021. Und wahrscheinlich hätte man es hier auch deutlich übersichtlicher machen können. Meine Fragestellung war vielleicht auch einfach nicht perfekt in dem Fall. Ich wollte nur zeigen, dass das mit, äh, GPT-4 definitiv eine Option ist. Weil man hier tatsächlich sehr, sehr komplexe Statistiken und sehr, sehr komplexes Verhalten auch modellieren kann. Mermaid ist dafür super. Ähm, und so ist es natürlich auch generell mit Markdown. Wenn ihr Formulare oder sowas schreiben müsst, ihr könnt Markdown erstellen, ihr könnt, ähm, LaTeX-Code erstellen, wenn ihr Bücher schreiben wollt. Dazu habe ich auch eine eigene Tutorialreihe gemacht. Die findet ihr auf der Bootstrap Academy, falls ihr in LaTeX ein bisschen reinkommen wollt. Ihr könnt wirklich quasi alles generieren. Ihr müsst es nur so darstellen. Und einige dieser Anwendungsfälle würde ich gerne ein bisschen mehr im Detail machen. Da dürft ihr gerne mir schreiben, was davon ihr haben wollt. Wir sind ja allerdings noch bei den Basics und ich wollte euch heute einfach nur für die Output-Formatierung einige nützliche Tipps und Tricks mitgeben. Ich hoffe, ihr könnt sie gebrauchen und ihr könnt damit was anfangen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.